Hallo Civilization Plans, Willkommen zurück zu dem Thema Spielzeugewege 6 England. Unsere erste längere Partie, die ich auf YouTube entsprechend appliziere. Und es macht Spaß, allerdings ein kleines Manko habe ich bis jetzt entdecken können. Und zwar, dass immer die Einheiten quasi ein bisschen so wegtaskt werden, was ich nicht so voll mag. Der Blitzkrieg von Kongo ist beendet. Da hat wieder eine Stadt getrackt, hier oben, ein Bumbi. Wie schon gesagt, es war eigentlich die falsche Stadt. Problem ist jetzt nur, dass wir da nicht so weit hinkommen. Also wir brauchen mindestens noch einen Bombard, bzw. direkt einen Panzer Kongo. Und so wie ich die Sache einschätze, was ist das denn? Was ist... Warte? Hm. Sieht zumindest aus wie eine Kaserne. Die waren da, die waren da, die waren da, die waren da. Hm. Ja, da kommen die Papagen. Papagenhorn. Was ist denn mordend? Oh. Ich bin mal gleich mit den Straträumen. Oh. Ich bin mal gleich mit dem Straträumen. ... ... und dann schaue ich hier ab Oh, ok Und wir können wieder einen Gesandten schicken. Diese Protöten, diese Schutz, äh, hier gibt es eine Katrine, auch nicht so. Kenne die da oben, ist jetzt nicht so. Also die Katrine ist auch falsch. Willkommen. Immer noch. Da ist der Ding, gar nicht. Oder gar nicht mehr mit dem. Wenn du willst, sagst welches Stück du meinst, dann kann ich mich nicht mehr kennen. Entsandte, ja, ist so gut. Gesandte entsandte, ist so schön. Okay, da muss ich mich nicht mehr mit dem. Ah, das war's. So, ich will die Devils-Country ein. So, ich will die Devils-Country ein. So, wegnehmen. So, das ist jetzt. So, ich will die. So, ich will die. So, ich will die Devils-Country ein. auf dieses Gebirge hier Ich glaube, das kann ich mir leider so nicht durchgehen, aber weiter reihe und so der ist auch so gekommen Schiffbau, Kantoin und da falsch 1, 2, 3, 1 1, 2, 3 2, 3, 4, 4, 5 Fett Produktion wählen in London in diesem Haus und im Wohnraum haben wir noch Anliegigkeiten nach Elektriensbehörde Sie sind offiziell auf der Bibliothek auf Sperr Oh, das hört ja nicht statt Achso ist da nichts passiert Gegen berittene Barbaren Bogenschützen Das sieht mir doch besser aus wie ... 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 Ah, ein Schwerdkammer, mal kurz. Kann ich euch aktualisieren? Nein, dich vielleicht? Ich? Ja. Und so, wir sind in Liverpool. Cool. Ja, Ramburg. Mitbewegung 2. Mitbewegung 2. Mitbewegung 2. Stecke einnehmen. Hamburg. Da wir hier schon so ein bisschen militärisch getrimmt sind. Auch von der politischen Ausrichtung. Wir wollen Ramburg bauen. Und bereiten wir jetzt ein bisschen vor. Und demnächst gehts dann los. So, das bringt uns mal nix. Hier etwa ein bisschen. Jawohl. So, ist das gut. Hier kann man aber wieder nicht durch. Aber ich mach nicht so etwas. Krieger, Krieger. Ah, Krieger. Dreadcamper. Plus 18 minus 29 zu verhält. Ich versteh's nicht. Plus 18 ist das Leben. Und nun ist 62. Und was ist das? Naja. 2. 2. Und dann, ja. 3. 3. 4. 5. 5. 2. 6. 2. Jetzt wollte er mich aber verarschen, oder? Äh, mein Gott! Komm! Nein, du einfach! Na, da geht doch schon wieder jemand in andere Stellung. Leider hat er gerade ein paar Waren. Bisschen Stress. Das ist ja nicht so schlimm. Ah, das muss man wissen. Genau, das ist jetzt die Verteidigungswelle. Und das ist die Garnisierungswelle, die ich verstehe. Wo war's? Wo war's? Da war noch einer. Oh, Gott sei Dank. Kann ich jetzt mit dem hier irgendwas treiben? Ja. Jetzt so ein Bild in London. Ähm, das ist ein Radweckmauer. Spielen, Streitwagen, Reiter. Dann gibt's noch Pferden. Ja, was ist denn da? Wo gibt's denn die Pferde eigentlich? Versuch dann. Ein bisschen Passiver. Klar, hier, wo es noch was machen kann. Ja. Herrmann, Reis, Reis. Schaf. Ne, in der Adel. Der Mann. Nicht ein. Und hier macht's alles gut. Und hier. Und zwar kein Wasserzugang. Oh, gut. Das wird sich dann zeigen. Er ist jetzt eh gerade geschwächt. Nein, wir nutzen das nicht aus. Wir kehren ihn auch nicht den Krieg. Das wird dann fit. Ah, Monument steht. Sehr gut. Ah, wir brauchen Arme erstmal. Ah, ist das mein Pferd? Oh, was? Ohne ein Pferde hier oben. Ohne Pferde hier oben. Ohne Pferde. Hm, okay. Aber ich glaub, da sollte genau einer hin. Jetzt ist die Funbox schon fertig. Nicht gut. Ich muss den Brandruck mal anschauen hier. Boah. Ist der cool. Sehr schön. Herrlich. So, Liverpool. Was baut Liverpool ein? Handyszentrum. Ja. Ja. Jetzt bauen wir das Handyszentrum. So. Ach so funktioniert das also. Da müssen wir erst das gewisse, den Bezirk dafür bauen. Um dann das Gebäude darauf zu platzieren. Ich bin selbst verstanden. Ich hab gern da. Und das ist aber schon fertig. Ja. Das fällt, das... Wahrscheinlich fällt es überhaupt nicht auf, was wir hier vorhaben. Oder hat jemand auch... Ja. Ja. Was ist das denn? Ja. Voll drauf. Und dann machen wir jetzt... Ausdruck. Dank. Schwertkämpfe. 54 gegen 19. Das ist auf jeden Fall eine Front-Einheit. Okay. Noch bis in der Position. Sorry. Sobald er nicht durch. Sobald er nicht. Ja. Alles klar. Produktion in allen Städten. In den Kampfstädten. Verfahren. Riedereinheiten. Das ist in Ordnung. Kleiner im Gehalt. Das ist so weit große Demokratie. Unser Prophet große Wissenschaft. Das ist eins Glauben eins goldene Hauptstadt. In den Kampfstädten. In den Kampfstädten. Obwohl. Kürz. Kürz. In den Kampfstädten. Ausdruck. Ja. Und das ist zwei Spezialbezerrte. Gut. Liverpool ist gelündet, Wander, 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 Isgelid, Wander, Bumby ist aus없ert, weiter gehts, und die Forschein beteiligt ist zackt und wie Soh, was für eine schöne Animation. Das Katapult macht den, sperrt man. Ja, so stehen. Mit der. Achso. Oh ja. Vielleicht mache ich es nicht. Gut. Gut. Und zwar in der nächste Runde. Soh, die Griechen wieder eingefallen. Die sind alle beide nicht so happy. Warum eigentlich? Ich kann ihn aber erklären. Fortify, Fortify. Oh. Ach herrje. Ich glaube, wir bauen den. Ja. Hier. Ah ne, hierfür steht davor. Soh, das bleibt. Mal gucken. Ja. Ja, hier. Hm. Da fehlt auch was. Da gibt mir manchmal nicht gleich einen Unbeschlag. Und zum Seiten kann man beieinander unter der Küssenschütte. Gucken wir mal. Gebrüder wählen. Ähm. Ich glaube, wo sind wir schon? Im Naga Handelszentrum. Ich kann nicht mit dem Naga Platz. Neue Medi-Berat. Aha. Aha. Hm. Warte mal. Ja. Ja. So funktioniert das also auch. Dass man das außerhalb des Stadtgebiets bauen kann. Man kann es auch direkt hauen. Gut gelöst. Und. So funktioniert das. So ist es jetzt los. Oh. Wie ein Bumbi. Ist größer geworden. Wie ein Bumbi. So. Und. Fährt. Fährt. Futter. Sehr schön. Und dann überhaupt nicht. Wie ist das dieses. Das ist das. Wie ist das hier? Wie ist das hier? Wie ist das hier? Im Surfgebiet? Ah. Ich meine, wir haben das auch im Surfgebiet gebaut. Das sind eigentlich nicht so viele. Ich weiß aber nicht wo. Oh. Ah hier. So. Oh. 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 Was sind wir da noch von der Stadt? Oh. 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 Motivieren. Das ist nicht neidisch. Oh. Oder nun? Echt? Ja, ha, ha. Oder Birmingham? Manchester! Ah, da wird auch kommen. Große Persönlichkeit! Oh, da! Wer kommt denn? Sun Tzu! Die Kunst des Krieges! Ich geh kaputt! Großer General! Tja, das ist ja genau das was wir brauchen. Für unseren geplanten Krieg gegen Kongo. Der schon wieder einige Einheiten an der Staatsgrenze aufgefahren hat. Die wir allerdings mit den Bogenschützen erstmal wegmachen müssen. Weil da ist überall Dschungel. Und wenn ich die von draußen angreife, dann können wir sie mir zeigen. Und den nehmen. Das geht nicht gut aus. Also das ist eine deutliche Niederlage, muss nicht sein. Dann können wir erstmal ein bisschen Mühe beschießen. Zumal die Bogenschützen dann auch noch oder schon ein bisschen Erfahrung kriegen. Und die Bogenschützen... Die müssen alle... Und die zweite. Das kriegen wir hin. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Wenn Thomas spielt. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Herr Thomas. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.